Das ist eine der großen und wichtigsten Erfahrungen oder wichtigen Erfahrungen, die ich im Laufe eines Jahres mache. Eine Woche lang loslassen, auch die Speisen und nur mehr trinken und merken, es wirkt nicht nur der Magen leer, sondern man wird selbst wieder viel, viel aufnahmefähiger. Also Fasten gehört zu meiner jährlichen Praxis und Übung.